Schalung noch sicherer, effizienter und einfacher für den Anwender zu machen, ist fester Bestandteil unserer DNA. Aus diesem Anspruch heraus wurde in den letzten 50 Jahren vieles, was heute in der Schalungsbranche Standard ist, von MEFA entwickelt. Mit der neuen Mehrbereichsschalung StarTech XT setzen wir diesen Weg konsequent fort. Denn sie vereint mit der integrierten Kombiankerstelle gleich drei Ankermethoden in einem System und setzt damit Maßstäbe in Sachen Wirtschaftlichkeit und Handhabung. Das System bietet eine zulässige, vollflächige Frischbetau-Druckaufnahme von 60 kN pro Quadratmeter. StarTech XT gibt es in den Elementhöhen 330, 270 und 135 cm sowie acht Breiten von 30 bis 270 cm. Damit decken sie viele Geometrien ab und schalen gängige Wandstärken ohne Passbereiche. Mit drei Außenecken und einer Innenecke können sie bei jeder Wandstärke alle Ecken störungsfrei schalen. StarTech XT ist vollkompatibel mit StarTech und Alustar. Somit können sie ihren Bestand an Schalung in Kombination mit der StarTech XT optimal nutzen. Die integrierte Kombiankerstelle steigert die Effizienz auf ihrer Baustelle. Je nach Anforderung, Wandstärke und Wandhöhe können sie ein- oder zweiseitig ankern, ohne zeitaufwendigen Umbau oder Anbau von Zusatzteilen. Der drehbare Korpus wird mit einem einfachen Handgriff von Hülse auf Gewinde oder andersherum umgestellt. Das spart enorm Zeit. Die Kombiankerstelle ist fest und flächenbündig im Rahmen integriert. Das erleichtert das Stapeln der Schalung vor und nach dem Einsatz. Die Kombiankerstelle ermöglicht auch die einfache und schnelle Ankerung von bis zu 4 Grad geneigten Elementen sowie Seiten- und Höhenversetze bis 4 Grad. Die Stell- und Schließschalung ist bei der StarTech XT identisch. Sie können also jedes Element für die Stell- oder Schließschalung verwenden. Bei der StarTech XT kommt die gleiche Ankertechnologie wie bei der bewährten Mammut XT zum Einsatz. Sie können flexibel zwischen drei Ankermethoden wählen. Bei der Ankermethode mit dem XT Konusankerstab 20 wird kein Rillenrohr benötigt. Die Einstellung der Wandstärke erfolgt hier über 1 cm Ringe am Konusanker. XT Konusankerstäbe gibt es für Wandstärken von 15 bis 45 cm. Für die einseitige Ankerung bei sehr großen Wandstärken bis 85 cm eignet sich der XT Ankerstab DW20. Die Wandstärke wird hier stufenlos über ein entsprechend langes Rillenrohr erreicht. Ein Vorteil bei dieser Methode ist, dass Sie nur eine Ankerstablänge für alle Wandstärken benötigen. Natürlich können Sie jederzeit auch konventionell zweiseitig ankern und vorhandenes Zubehör und Ankerteile flexibel verwenden. Die einseitige XT Ankertechnik von MEFA ist die schnellste und effizienteste Ankertechnik am Markt. Dies wurde unlängst vom unabhängigen Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau geprüft und bestätigt. Mit der einseitigen Ankerung sparen Sie Zeit und Personal. Denn für die Einstellung der Wandstärke und den Ein- und Ausbau des Ankers wird nur eine Person benötigt. Die StarTech XT bietet weitere clevere Vorteile. Mit den ausschließlich innenliegenden Ankerstellen erzielen Sie ein symmetrisches Anker- und Fugenbild, was besonders bei Sichtbetoranforderungen wichtig ist. Die Ankerstabhalter sorgen für platzsparenden und sicheren Transport von Ankerstäben auf der Baustelle. Wie alle MEFA-Rahmenschalungen besitzt die StarTech XT Funktionsstreben mit eingeschweißten Dividag-Muttern. So können Sie sämtliches Zubehör wie Richtstützen, Schienen oder Laufkonsolen mit nur einem Teil, der Flanschschraube, an die Schalung kraftschlüssig anbringen. Auch bei der Stabilität geht MEFA keine Kompromisse ein. Durch das geschlossene Stahlprofil ist die Schalung statisch robust und verwindungssteif. Die Feuerverzinkung schützt zuverlässig vor Korrosion und dank der von MEFA entwickelten Oberflächenbehandlung haftet deutlich weniger Beton an der Schalung, wodurch diese schneller zu reinigen ist. Das MEFA-Schalschloss kann mit nur einer Hand stufenlos an jeder Stelle des Rahmens angesetzt werden. Durch die Fünfpunktanlage zieht es die Schalungselemente zusammen, verbindet sie kraftschlüssig und richtet diese per Hammerschlag versatzfrei aus. Die Elemente ab 135 cm Breite besitzen an den Ecken Knippkanten. Sie ermöglichen das einfache Ausrichten und Justieren der Elemente mit einem Hebeeisen. Alle MEFA-Rahmenschalungen werden serienmäßig mit der ALKUS Vollkunststoffplatte ausgestattet. Sie bietet gegenüber einer Schalhaut aus Holz viele Vorteile. Die ALKUS-Platte ist wirtschaftlich, denn sie hält bis zu 1500 Einsätze und damit 30 Mal mehr als viele Holzplatten. Außerdem benötigen sie deutlich weniger Trennmittel als bei herkömmlichen Holzplatten. Das ist ökologisch und spart bares Geld. Auf die ALKUS Vollkunststoffplatte gibt es eine 7 Jahre Langzeitgarantie. MEFA ist Pionier und Impulsgeber der Schalungsbranche. MEFA – Schalung einfach clever